In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach einen Screenshot von eurem Bildschirm auf dem iPhone XS machen könnt. Viel Spaß! Der Weg, um ein Bildschirmfoto mit dem iPhone XS zu machen, hat sich etwas geändert im Vergleich zu älteren iPhone-Modellen, da es keinen physischen Homebutton mehr gibt. Um einen Screenshot mit dem iPhone XS zu erstellen, müsst ihr gleichzeitig den Einschaltknopf drücken und die Lautertaste. Im Anschluss habt ihr nun noch die Möglichkeit, den gerade erstellten Screenshot direkt zu bearbeiten, indem ihr ihn zum Beispiel beschneidet oder mit Markierung verseht. Außerdem könnt ihr ihn sofort verschicken oder ihr speichert ihn einfach in euren Fotos ab. Wenn euch das Video geholfen hat, freuen wir uns über ein Like und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.